Hallo liebe Abonnenten und Kanalbesucher. Ich weiß, dass ich auch Abonnenten von Deutschland habe. Und dass mein neues Video über meine Heimatstadt Gyumri für euch interessant und nützlich sein kann. So könnt ihr mehr über Gyumri erfahren. Heute habe ich in meinem Videoarchiv ein interessantes Video gefunden, welches über das Museum für nationaler Architektur und Stadtleben bereitet. An diesem Tag gab es noch eine Sonderausstellung Gemälden von Ivan Iwasovsky. Er war ein sehr berühmter Künstler. Er wurde durch seine Gemälde bekannt, welche hauptsächlich mit dem Meer zu tun hatten. Er lebte und schuf seine großartigen Werke im 19. Jahrhundert. Er stammte aus einer armenischen Familie. Für seine Gemälde wurden Preise in Höhe von bis zu 1,5 Millionen Dollar gezahlt. In seinem Leben hat Ivan Iwasovsky mehr als 6.000 Werke gemalt. Einige dieser Gemälden 2Sektor 3 Seht ihr in diesem Video sehen. uku 2 2 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Danke für euer Interesse und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Tschüss! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020